Ja, liebe Freunde der Zocker Lounge, herzlich willkommen zurück in dieser elendigen Mission mit den Trojanern. Mission 2 in der neuen Welt. Ja, ich habe jetzt ein paar Tage wieder nicht gespielt, habe mich so ein bisschen abreagieren müssen, wie das so bisher gelaufen ist. Und bin jetzt aber guter Dinge, dass ich das jetzt hier wuppern werde mit euch. Und dieses große Wohnhaus, doch, jetzt fehlt nur noch ein Stein, diesmal baut ihr es mir für, apropos Steine. Apropos Steine. Ich sollte vielleicht mal gucken, dass ich... Hier habe ich eins gebaut. Fehlt euch zufällig eine Spitzhacke? Nö, ne? Die liegen hier zuhauf rum. Warum bist du nicht besetzt? Auf jeden Fall könnte ich da auch nochmal zwei bauen, habe ich mir überlegt. Spitzhaken habe ich ja eh. Nahrung produziere ich vielleicht. Und ich wollte... Naja, es ist so ein bisschen... Auch ein bisschen Steinmangel dabei. Habe ich eigentlich irgendwo noch Schaufeln? Dann könnte ich mir die Steine hier noch erschließen. Schauen wir mal. Eine, eine, eine. Dann bau doch mal zum Scheiß vier Stück. So. So, machen wir das. Okay, wie können wir hier weiter tun? Hier, ähm, hier wollte ich meine Mana-Produktion optimieren. Und ich wollte die Bäume loswerden, aber... Aber... Das ist auch so eine Sache, ne? Wir könnten auch mal ein Lager bauen für... Nur wo? Für Holz und Steine. Aber ernsthaft? Wo macht das Sinn? Komm, wir machen mal hier. Da sind eher Ritter. Und das wäre auch so ein Punkt, wo die dann wieder gerne angreifen. Ähm, macht mal den Turm voll. Wie schaut's denn aus? Bist du ein Bogenschütze? Nein, dann gehst du hier rein. Okay, ihr reicht ja... Ihr seid ja wenigstens Elite. Das ist ja schon mal was. Oder viel Elite. Ähm, wir machen den Turm hier noch voll. Und eigentlich könnten wir uns auch hier mal hinstellen. Denn, denn der nächste Mana-Copter wird ja gleich um die Ecke kommen. Kennen wir ja schon. So, aber hier wird doch jetzt fleißig produziert, oder? Mana kriegen wir so ein bisschen halt, ja. So ein bisschen, okay. Da wird das nächste große Turm fertig. Okay, wenn wir die jetzt natürlich alle besetzen. Dann ist halt wieder die Frage, haben wir genug, wenn wir gleich überrannt werden? Ja gut, im Notfall machen wir sie leer. Also ihr bleibt mal hier stehen und... Aha, Schwertkämpfer haben wir gar keine mehr. Okay, nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Na, wo willst du hin? Ach Gott, hier fehlen auch schon die Schwertkämpfer, okay. Aber wollen wir dich mal raustun? Halt, dich will ich raustun. Äh, du wieder rein. Und du auch wieder rein. Also schon gern Elite da rein. So. Das hilft mir bestimmt alles irgendwie. Und die Werft ist jetzt auch fertig. Und das große Wohnhaus auch. Wobei ich wahrscheinlich jetzt eher dann da angegriffen werde. So. Ähm. Wo rennst du jetzt wieder hin? Achso. Klar, Schwertkämpfer machen jetzt sofort die Gebäude voll. Egal. Ich muss wahrscheinlich eh nochmal alles leer machen, wenn er kommt. Und er kommt. Jetzt bin ich mal gespannt, wohin er will. Feuer frei. Tendenziell machen wir hier leer. Schicken euch hier rüber. Und ihr latscht auch mal sicherheitshalber hinterher. Angriff. Hier noch einer da. Angriff. Okay, den Mana-Kopter haben wir zerlegt. Das ist schon mal was. Oh, oh, oh. Ob wir den Turm halten können, das kann ich aber nicht. Kann ich sagen. Wäre jetzt aber auch kein Beinbruch. Minimiert auf jeden Fall meinen Verlust deutlich. Aber das hier, dass der jetzt hier wieder sehr hochschlappt. Ach, Kacke. Komm. Unterstützt sie. Auf geht's. Oh, 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 oh. Noch zwei Bogenschützen drin. Okay, prima. So, jetzt macht ihr mal hier leer. Und tötet die, wenn die jetzt hier vorbeikommen. Angriff. Jagd sie. Komm, jagd sie ruhig. Oh nein. Wo rennt ihr denn jetzt hin? Alles falsch gemacht, ha? So, du bist wieder voll besetzt, offensichtlich. Und dann packen wir euch mal alle zum Lazarett. Die sind wir leider nicht losgeworden. Ja, egal. Egal. Dann hier rein mit euch. Und tschüss. Und euch machen wir auch einfach voll. So. Der Rest heilt sich mal. Der neue Sammelpunkt ist wieder hier oben. Okay. Hier sind wir wieder voll besetzt. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier auch wieder welche hinbringe. Aber jetzt bauen wir einfach mal drauf, dass vielleicht das Lazarett mal geschwind funktioniert. Und wir haben jetzt eh kurz Luft. Da ist auch ein großes Wohnhaus fertig geworden. Können wir noch irgendwo eins hinsetzen? Hier hinten. Machen wir auch. Ich meine ja, im Prinzip kann ich die ja wieder abreißen. Ich habe ja so einen Überschuss. Geht auf 150. Ne, bleibt bei 200. Okay. Also noch eins soll ich vielleicht nicht abreißen. So, aber ich sollte jetzt mal Holz und Steine einlagern. Also Steine habe ich ja eh kaum. Aber Holz irgendwie... Na, dass ihr hier mal wenigstens durchproduziert und dass die Bäume ein bisschen gefällt werden. So, jetzt haben wir auch Steine. Offensichtlich. So, dann habt ihr auch was zu tun. Wie schaut es denn aus? Haben wir noch Gold? Haben wir noch Eisen? Eisen haben wir auch. Passt. Ah, Kohle haben wir eher nicht, ja? Findet keine Steine mehr. Da geht es schon los. Jetzt können wir mal gucken, dass wir rekrutieren... Äh... Fünf Pioniere. Die würde ich gerne haben. Und 10, 10 habe ich noch. Okay. Also da habe ich jetzt echt gerade nicht viel verloren mit dem Angriff. Und ihr guckt mal, dass ihr euch... Eilt. Ey, da kommt sogar einer. Prima. Zack. Äh. Hallo? Dem geht es doch immer noch scheiße. Okay. Wen hast du jetzt geheilt? Wo läufst du hin? Ah. Okay. Und da ich jetzt kein... Okay. Leicht angenockt zählt wohl nicht. Gut. Haben wir mittlerweile Schwertkämpfer? Nö, haben wir nicht. Aber ich setze euch dann trotzdem nochmal hier in Bewegung und mache die Türme voll. Dass wenigstens Bogenschützen drin sind, das bringt auch was. Beziehungsweise dich mal rausmachen. Oh, nee. Okay, anders. Wir lassen euch nochmal leer. Kranke und Verletzte. Ne? Hei, hei, hei. Wo rennst du jetzt wieder rein? Bist hier wieder drin. Schön. Kranke und Verletzte. Jetzt habe ich dich. Du da hoch, bitte. Findet keine Steine mehr. Ja, das... Das... Das haben wir schon mitbekommen. Danke. Okay. Vier habe ich gefunden. Und... Ihr erschließt jetzt noch den Stein. Ich hoffe, das geht, weil der auf dem Berg ist. Haben wir vier oder fünf? Dann, 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 dann. Such mal dich mal. Da hinten. Warum noch immer? Du gehst auch da runter. Okay. Gold kommt. Waffen kommen nicht. Warum? Ihr könnt aber noch produzieren. Die Dinger sind voll. Das ist gut. So, bist du mittlerweile... Komm schon. Das hat doch gerade gut funktioniert mit dem Heilen. Du bist da vielleicht irgendwie von da oben kommen. Oder was passiert, wenn ich dich direkt auf den... Brunnen drücke? Komm schon. Dir geht es wirklich schlecht. Ja. Prima. Bist du voll? Super. Okay. Jetzt. Ähm. Vollbesetzen. 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 Und ihr schlappt da runter. Hier haben wir Elite-Bogenschützen drin. Hier hoffentlich... Dann auch. Okay. Was mag denn eigentlich die Mana? Die Mana sagt, komm, hier. Ein paar Bögen. Warum nicht? Steine können wir einlagern. Dann haben wir auch wieder genug Steine. Ja, klar. Also das Lager hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und wir können hier wieder ein neues Wohnhaus setzen. So. Und wenn hier jetzt alles voll ist, dann können wir jetzt auch mal anfangen, drei Kriegsschiffe zu bauen. Eins, zwei, drei. Waren doch drei, ne? Drei Kriegsschiffe. Drei Fähren. Oh, ich muss ja noch drei Karren bauen. Also brauchen wir auch noch... Oh, leck. Dann brauchen wir eine Eselszucht. Oh mein Gott. Ähm. Ja. Wo... Wo bist du jetzt wieder? Eselszucht. Da oben ist Platz. Okay, machen wir mal das. Und wo kriegt man den Karrending aus Bumsens? Ähm. Du hier, ne? Vor allem eine Fahrzeugmanufaktur. Die kriegen wir hier hin. Okay. Dann haben wir mal alle Gebäude, die wir brauchen. Oh, nicht schlecht. Hier fehlen auf jeden Fall Schwertkämpfer ohne Ende. Mal da oben Schwertkämpfer einen. Rennt ihr mal hier unten dazu? Ihr seid aber voll. Das ist ja auch schon mal was. Beziehungsweise dich hier könnt mal... Auch mal so... Sie werden angegriffen. Oh, no. Okay. Nicht gut. Habe ich jetzt alle Mana-Copter zerstört? Ich glaube, davon kann ich ausgehen. Und gut, dass der... Ding-Tor mal funktioniert hat. Also alles, was ich habe, militärtechnisch... Schnell, schnell, schnell da hoch. Und das bedeutet für mich jetzt eigentlich auch... Dass ich hier noch einen Turm baue. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Also es muss doch jetzt auch verteidigbar sein. Ja, er verpisst sich schon wieder. Ha, ha, ha. Tschüss. Okay. Ach ja, was ist schlau. Also, alle Verletzten bitte zum Lazarett. Das ist irgendwie nur zwei. Und jetzt weiß ich nicht... Ach, eigentlich möchte ich sie ja schon wieder besetzen hier hinten. Halt euch erst mal. Das klappt ja richtig gut. Nicht. Ah, den hast du geheilt. Okay. Echt nur zwei? Also jetzt nur noch einer? Tatsächlich. Und du musst an den Punkt hier hinstellen. Also er magisch hier nach links und er muss rechts stehen. Gut. Hauptsache, es funktioniert. Okay. Also. Dann lauft mal... Der ganze Schwung mal hier rüber. Dann werdet ihr euch schon irgendwie auf die Türme verteilen und der Rest darf zurücklaufen. Einfach mal in der Hoffnung, dass es jetzt mit Mana-Coptern vorbei ist. Kann ich da oben eigentlich noch irgendwo einen Aussichtsturm... Jetzt haben wir auch Zeit für sowas. Okay, derweil habt ihr den Stein erschlossen. Okay, das ist gut. Okay, also nahrungstechnisch scheint es ja dann auch fast zu passen eigentlich. Wir könnten hier aber noch eine Getreidefarm hinbauen. Okay, Spitzhacke. Also. Das sieht doch... Das sieht doch jetzt echt besser aus. 15 Mana heißt doch auch, dass wir wieder... Ja, bingo. Komm mal hier hin. Jawohl, Gold und Schwerter, das können wir gebrauchen. Von her damit. Okay. Ist auch fertig. Oh, ihr geht auch gleich... Ne, ihr geht nicht gleich arbeiten. So, der hat auch Arbeit. Das ist gut. Gut, gut, gut. Derweil stehen... Okay, du stehst schon hier zum Heilen. Kann das sein? Dum, 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 dum. Habe ich hier einen... Hm. Auch nicht, ne? Aber auch keinen verloren. Gut. Den baut ihr sogar gleich fertig. Alles gut. Gut. Da fehlen noch zwei Schwertkämpfer. Das war aber vorhin auch schon so. Okay, dann geht ihr mal... Sag mal mal... Hier hin. So in die Mitte rein. Und jetzt findet ihr dann trotzdem keine Steine mehr. Doh. Aber da ist doch... Da ist doch noch was. Kommt schon. Ihr habt doch da gerade... Der... Wenn der geht, dann kann doch der auch noch gehen. Müsst ihr dich ein bisschen tiefer setzen, oder was? Hm. Gute Frage. Nächste Frage. Aber jetzt so wirklich, dass die, ähm... Die Holzfäller wieder in Schwung kommen, sehe ich jetzt auch nicht. Okay. Das wird jetzt noch voll ätzend, dass ich jetzt noch zwei Esel brauche. Hauptsache hier ist dicht. Gut. Äh... Derweil ist hier oben ein Wohnhaus fertig. Hier unten. Wir haben wieder einen Haufen Betten übrig. Dann könnte ich doch eigentlich den wieder abreißen. Kann ich auch. Und... Sie werden angegriffen. Okay. Ritter, Ritter, Ritter. Alle hier hoch. Das wird schon so passen. Und es sieht gut aus, dass... Kein Manakopter mehr kommt. Aber ich sollte schnell den voll besetzen. Und schnell den leer machen. Damit die Ritter darüber laufen. Und dann schnell wieder rein. Was ist denn das für ein Geräusch? Wurde denn hier geschossen? So. Und ihr geht jetzt natürlich hier dazwischen. Der ist voll hier. Oh, es sind alle voll. Passt schon so. Ach ja, da fähle ich jetzt wieder ein paar. Oh, ein paar ist gut. Tötet sie. Verdammt nochmal. Deswegen den Baustand. Jetzt halt auch viele Siedler hier vorne. Okay, aber alles gekillt. Halt da, da. Äh, der geht. Okay. Gut. Hier hin zurück. Und die Verletzten. Oh, jetzt habe ich das endlich kapiert mit dem Lazarett. Hoffe ich zumindest. Das ist, bist du hier, ne? Fahrzeugmanöfektur macht so Krach. Bau mal deine zwei Wegchen. Mach mal. Wenn es gut läuft, kriegt man auch irgendwann zwei Esel. Beziehungsweise hieß es schon Baby-Esel. Ah, ich bin übrigens immer noch erkältet. Ich glaube, mein Herz. I'm so sorry, aber ich sollte mal inhalieren oder irgendein Scheiß. Na, ich weiß auch nicht. Eieiei. Okay. Hauptsache meinem Lager hier geht's gut. Und das ist ja wirklich so. Äh, lasst. Ihr erschließt mir doch jetzt mal bitte ihr lieber hier oben. Das macht mehr Sinn. Das hier unten macht überhaupt keinen Sinn mehr. Und die Steine sind weg. Okay, das heißt. Ciao. Steinmetze. War schön mit euch. Ihr müsst jetzt ohne Steinmetze klarkommen. Das sollte aber... Das sollte aber passen. Wir haben 54 Steine. Ich brauche ja jetzt nicht mehr so viele. Genauer genommen keine. Okay. Es fehlt ein Esel. Ja. Du bist auch ein Esel. Du Nachrichtenschreiber. Metzgerei. Ja, hier fehlt auch Getreide. Also es war nicht dumm, noch einen Bauernhof zu bauen. Die Mühle hat auch kein Getreide. Hauptsache es wuselt hier wieder. Haben wir eigentlich noch eine Säge? Können wir noch irgendwo ein Sägewerk hinbauen? Nee, aber nicht. Machen wir trotzdem. Nur wo? Hier hinten? Ich weiß nicht. Ach komm, scheiß drauf. Machen wir noch eins. Tum, 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 tum. So. Was nun? Da wären zwei Schwertkämpfer. Die könnte ich hier hinter schicken. Setzt natürlich voraus, dass ich sie finde. Ähm. Ja, kommt mal hier hoch. Eigentlich hätte ich gerne nur die zwei Elite. Und da ist das nächste Schiff. Ahoi. Du bist der erste. Zack, hier hinter. Und du bist der zweite. Zack, hier hinter. Dann seid ihr auch alle voll. Prima. Gut. Dann steht die Verteidigung eigentlich. Das sollte reichen, auch wenn der Mana-Copter kommt. Wobei. Ja gut, was heißt reichen? Ich kann mich wenigstens wehren. Sagen wir mal so. Aber ich scheine ihn jetzt da. Ich scheine jetzt genug, weil ich genug abgeschossen zu haben. Prima. So. Dann können wir eigentlich mal gucken. Wir brauchen von diesen Katapultis noch acht Stück. Mach doch mal. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Dass wir da mal zehn haben. Ich denke mal Bogenschützen. Da werde ich hier schon genug stehen haben. Genau. Dann machst du danach noch zehn Schwerter. Also lass mal die Bögen gerade mal ruhen. Na, ein Wagen wurde fertiggestellt. Oh, 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 oh. Ich habe einen Esel. Da ist ein Esel. Prima. Und aus dir muss ich jetzt einen Siedlungskarre machen. Klack. Und bitte back nicht irgendwie wieder. Ja, 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 okay, 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 okay. Geht das auch schon so? Nee, gell? Gründungskarren? Muss ich... Was ist ein Gründungs... Und... Drei Karren? Nicht nur zwei, drei. Aber ich kann ihn ja so nicht bewegen. Also muss ich ja einen Gründungskarren draus machen. Okay, mach einfach mal. Mal gucken, was passiert. Hammer, Hammer. Äh, Pioniere. Na toll. Und wie kann da schon einer drin sein? Ja, gut, dann ähm... Bau mal. Die nächsten fünf schaufeln. Let's go. Tim, tim. Tim, 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 tim. Ähm... Und du kannst dann eigentlich zwei bauen. Gut. Und ich hoffe, ihr bleibt hier nicht hängen, ne? Das sieht ja schon fast so aus. Oh, jetzt ist auch ein bisschen Getreide hier. Dafür hier nicht. Und hier wahrscheinlich auch nicht. Naja. Ja, fehlt ein Esel. Danke für den Tipp. Mann. Tim, tim, tim. Tim, 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 tim. Ach ja, Goldproduktion läuft noch, ne? Mana. Mana geht da. Da geht doch wieder was. Hier. Bam. Okay. Immerhin Waffen. Nehmen wir mit. Gold haben wir ja eh mehr. Und wie schaut's hier aus? Vier Schaufeln. Okay. Da müssten wir dann auch wieder jetzt vier benennen. Ähm... Pioniere 1, 2, 3, 4. Und dann... Könnten wir hier eigentlich ein Werkzeuglager... Könnten, wenn wir Platz hätten. Haben wir aber auch. Oh, shit. Okay. Okay. Das ist neu. Du kleiner Schlingel, du. Ähm... Verzieht ihr euch mal da runter? Und haben wir mal was zum Kämpfen? Na ja. Ach, Mist, ey. Bis meine jetzt wieder dahin gelatscht sind. Oh, wie baue ich denn da jetzt wieder? Könnte ich eigentlich das Sägewerk grad wieder abreißen? Und... Angriff. Haut rein. Scheißegal, wenn ich jetzt wieder so meinen Elite-Eck-Hopperler-Pult-Schützen verliere. Die können wir auch nachbauen. Und dann schaut, dass er da hochlauft. Und den anderen auch erledigt. Komm, komm, komm. Stirb einfach. Stirb einfach. Ei, 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 ei. Nein. Genau die drei leben noch. Ich reiß das wieder ab hier. Sägewerk. Weg damit. Ich baue das hier unten irgendwo. Ich muss hier oben Türme reinbauen. Da geht schon mal einer hin. So, die Priester kannst du nicht umwandeln. Dann stoppst du jetzt. Ha. Gut. Zurück. Und die Verletzten zum Lazarett. Ähm. Ein Kriegsschiff wurde fertiggestellt. Schön. Dann baue mir jetzt bitte drei Fähren. Eins, zwei, drei. Und du bist voll. Prima. Dann kannst du dich auch bewegen. Okay. Den ersten hätten wir. Und der zweite Esel kommt auch an den Karren. Und dann können wir hier auch einen Gründungskarren draus machen. Ich bin gespannt, ob jetzt wieder einer drin ist. Nö, na diesmal nicht. Okay, wir haben wie viele Schaufeln? Eine. Dann baust du jetzt. Fünf, sechs, sieben, acht, neun Schaufeln. Und wir gucken, dass wir hier oben noch. Jawohl. Noch einen Turm hinkriegen. Mehr geht leider nicht. Es muss reichen. So, hier dürft ihr jetzt Werkzeug einlagern. Und jetzt findet eine Säge ernsthaft? Hier hast du doch irgendwann mal gebaut. Oder der hat mir genau... Ich hab keine, ne? Ja, okay. Shit happens. Was macht denn die Mana? 13. Was brauchen wir? 16. Damn. 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 Na? Oh, das ist aber blöd. Wenn ich jetzt immer den Gründungskarren an will, dann fadeln wir mal da runter. Ja, und da waren schon wieder 30 Minuten rum. Ich hab eigentlich gedacht, ich hab eigentlich gedacht, ich schaff das jetzt, aber es zieht sich wohl noch eine Folge. Okay, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich denke, in der nächsten Aufnahme könnten wir es vielleicht packen. Wir werden sehen. Haut rein. Bis dann. Und danke fürs Zuschauen. Bis demnächst.